Dann ist die Runde vorbei. Jetzt ist er wieder angeschlagen. Der Schlag geht daneben. Oh, 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 er hat ihn wieder. Er ist unfassbar. Das ist vorbei. Diese letzte Gerade, mit der er den Kampf beendet hat, war absolut überragend. Er hat sie fast ansatzlos und mit einer unglaublichen Härte geschlagen. Hier kommt die Wiederholung. Da ist der Jubel natürlich groß nach diesem Sieg im heutigen Fight, nach diesem krachenden K.O. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, Referee Mario.